TANOSHIME SOUJEN STREET FIGHTER 6 Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video Und so schnell geht's, wieder ein Ken Äh, ja, äh, weitere Online-Rank-Matches mit, also Online-Matches mit Juri Und wie ihr seht, die gleichen Ken Meine Reaktion ist manchmal noch echt für die Quads Okay, das hätte ich ja erwarten können Soll ich mich gerade, was ich, dass sie die wirkliche Ich bin in der Fallen Kaffee, die nichts mehr zu tun Soll ich mich auch immer wiederzureben Wenn ich jetzt morst und habe, dann geht's mit Juri Dann geht's jetzt bei mir Ich bin in der Falle Ich bin in der Fallen, die Nierenbekannte What? Der ist im Plus? Der Scheiß ist im Plus? Naja, okay. Rückschlag. Kacke. Was? Das kann er? Also, was ich... Also, das... Ich hab seine Spielweise absolut nicht verstanden, aber ja, gut. Ähm, ja. Wahnsinnige Probleme. Wahnsinnige Probleme. Iji! Fight! Kacke! 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 Das ist ja der Grech, die da. Tja, dazu sag ich nix. Keine Ahnung. Na ja, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Hey, unser erster Dio in den Online-Matches. Okay. Wieso kann ich nicht wake up'n? Und wieder, wieder hauen sie ab. Ja, das hat er gespielt. Er hat wieder gewonnen? Ja, ja, ja. Hey, ich versteh's nicht. Wie? Wie kann er mich die ganze Zeit treffen? Was? Ich versteh es nicht. Wie kannst du mich die ganze Zeit treffen, Junge? Was? Is? Amen. Mah! Komm schon! Round 2! Fight! Woh! 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 Ja, das ist wieder dieses typische Ich hau ab! Warte ab! Äh! Echt! Echt! Ich weiß nicht, was wir machen, Walter. Ich weiß nicht, was wir machen. Das war nicht schlau. Mann! Der schminkt nur dumm rum! Der schminkt nur dumm rum! Mann! Check das doch mal! Mann! Yo, du Penner! Ah, da hatte ich noch mal Glück gehabt. Ah ja, du spielst immer da drauf. Was? 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 Wieso bin ich im Nachteil? Wieso bin ich im Nachteil die ganze Zeit? 2-1. Naja, was soll man machen? Ey, ich verstehe manchmal diese Cross-Hubs noch nicht. Hier. Ah! Oh Gott! Okay. Sehen wir uns beim nächsten Fight. Hier kommt ein neuer Challenger! Okay. Zangif. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Okay. Dieser Sprung, dieser Sprung macht mich kaputt. Dieser Sprung, dieser fucking Sprung macht mich kaputt jetzt. Wie? Wie konnte das wieder passieren? Ach, Mann, ey. Den hatte ich. Locker, locker hatte ich den. Jetzt denkt er sonst was. Ah, leck mich doch. Mann. Ja, jetzt bin ich im Arschball. Mann. Warte, ich war doch im Plus. Der hat schon geschlagen. Hallo? Was ist dieser Sprung? Was ist dieser scheiß Sprung? Ich kann dir nicht das erzählen. Ich küsst mir die Füße, aber hart. Wenn man diese späte... Wenn man diese scheiß Späte springen... Also dieser fucking Sprung macht Tsanggift stark. Ohne Scheiß. Na ja, okay. Wir sehen uns beim nächsten Fight. Middlematch, Leute. Middlematch. Du mal gucken. Landsmann. Oh, wow. Oh. 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 Das war's für mich. Okay Das war jetzt ein bisschen Wie gesagt provoziert Aber ja Ah okay Ah ich musste aber den Anfang gut machen Ich musste den Anfang gut machen Ich musste den Anfang gut machen Ich musste jetzt schon Schaden drücken So ein Splatter-Ski ist zu gefährlich Ja ich bin weg glaube ich oder? Aber ich hätte ihn weggemacht Okay I am the better jury Gefällt mir Gut dass er gelaufen ist Das ist gut Okay das war schwach Ah es ist schwach Aber ich könnte sinken Wieder abwarten T-Zinken Ach Leute Das könnt ihr alle ne Abwarten 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 Ja jetzt wartet er ein bisschen Und jetzt verliere ich bei allen Jetzt verliere ich weil er viel zu viel abwartet Jetzt komm ich gar nicht mehr dran Das ist so Und dann geht's Ich bin weggegangen 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 Wieso bist du jetzt gar nicht gerne Wieso bist du jetzt darauf eingegangen Ich bin weggegangen Das muss ich schlauer machen. Mann! Ich kam nicht nach der Armin ran. Leute, das ist falsches Timing gewesen. 2-1, was soll man machen? Naja, egal. Es wird ein hin und her bleiben, aber da müssen wir durch. Wir sehen uns beim nächsten Fall. Okay, ein Luke. Mein Gott, das wird jetzt aber bestäubend. Modern. Okay, der kann nicht so viel, aber ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Eigentlich müsste ich so ein Vorteil sein, aber irgendwie bin ich zu dumm gerade. Und warum kommt deine Normal schneller? Warum? Ich verstehe es nicht. Okay. Okay. Durchbleiben. Aber ich hau ja nicht ab vom Kampf. Das ist das. Also ich weiß jetzt nicht, aber... Okay, das war nicht so eine Bühne. Das... Wie machen die das alle? Ja. Das war nicht so eine Bühne. 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 Okay, okay, das war jetzt ein Gegner, ja, wie gesagt, wir lernen sie langsam kennen, aber dieses Abbaten und Tee trinken, das ist so, ich muss da als Juri vollkommen gut machen. Okay, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das wäre es mit dieser Session Online-Matches mit Jurihan in Streetfighter 6, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst noch ein Like da und einen Kommentar, ja, und ich würde sagen, ja, wenn euch nicht nur mein Streetfighter 6 Zeug, beziehungsweise Fighting-State-Zeug gefällt, lasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns dort wieder, wo der Kampf am meisten schmerzt, und zwar auf der Straße. Reingehauen und hoch den Daumen.